Hi Mädels, schön, dass ihr reinklickt. Bei mir geht's jetzt mit viel Raffinesse zur Sache, denn heute zählt der Schnitt. Und der darf dieses Jahr ruhig ein wenig aufregender sein, wie uns die lieben Damen und Herren Promis zeigen. Starten wir mal mit einer sommerlichen Allzweckwaffe. Ein raffiniert geschnittener Rock in frischem Mint. Vorne kurz, hinten lang, so lautet die Losung. Dadurch zeigt ihr Bein, ohne zu viel zu verraten. Der weiche Jersey-Stoff trägt sich gerade an heißen Sommertagen extrem angenehm und macht sowohl in der Stadt als auch am See eine tolle Figur. Ich kombiniere so einen Teil am liebsten mit einem eher schlichten Topf, denn so kommen Farbe und Schnitt des Rocks am besten zur Geltung. Alternativ könnt ihr aber auch einfach eurem Freund das gute alte Feinrack klauen. Passt perfekt und ist darüber hinaus schön günstig. Was mir an diesem Outfit auch sehr gut gefällt, es lässt Platz für tolle Accessoires. Ob eine Statementkette, große Armreifen oder ein toller Hut, erlaubt es, was gefällt. Meine Damen, ich hoffe, ihr feiert das Outfit so wie ich. Es muss nicht immer bunt sein oder glänzen, um aufzufallen. Mit raffinierten Schnitten funktioniert ein Outfit genauso gut, aber meistens erst auf den zweiten Blick. Aber der bleibt meistens länger haften. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020